In diesem Video geht es um den Nahostkonflikt. Ich erkläre dir, welche Rolle die USA in der Auseinandersetzung im Nahen Osten spielt. Der Israel-Palästina-Konflikt hat seine Wurzeln in den späten 1800er und frühen 1900er Jahren, als jüdische Siedler begannen, in das damals osmanisch und später britisch kontrollierte Gebiet Palästina zu ziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust wuchs die Unterstützung für einen jüdischen Staat und 1947 verabschiedete die UN eine Resolution zur Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Der darauf folgende Krieg von 1948 führte zur Gründung des Staates Israel. Die USA haben Israel seit seiner Gründung unterstützt. Diese Unterstützung umfasst militärische Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und diplomatische Unterstützung in internationalen Foren. Die USA sehen Israel als strategischen Verbündeten im Nahen Osten, der die westlichen Interessen in einer instabilen Region vertritt. Die Unterstützung ist auch auf die starke jüdische Lobby in den USA und die gemeinsamen demokratischen Werte zurückzuführen. Es gibt Kritik an der Art und Weise, wie die USA Israel unterstützen, insbesondere in Bezug auf den Konflikt mit den Palästinensern. Kritiker argumentieren, dass die umfangreiche militärische Unterstützung der USA für Israel den Konflikt verschärft und die Aussichten auf eine friedliche Lösung verringert. Sie weisen auch auf Menschenrechtsverletzungen durch israelische Streitkräfte hin. Die USA haben oft versucht, als Vermittler im Israel-Palästina-Konflikt zu fungieren. Sie haben mehrere Friedensinitiativen ins Leben gerufen und Verhandlungen zwischen den beiden Seiten unterstützt. Allerdings haben diese Bemühungen oft wenig Erfolg gehabt, teilweise wegen des Misstrauens, dass einige Palästinenser und andere Araber gegenüber den USA als unparteiischem Vermittler haben. Unter US-Vermittlung kamen Israel und die PLO 1993 zu den Oslo-Abkommen, die eine Selbstverwaltung für die Palästinenser und den Beginn eines Friedensprozesses vorsahen. Obwohl diese Abkommen als Schritt in die richtige Richtung gesehen wurden, sind viele der zentralen Streitpunkte des Konflikts ungelöst geblieben. Die USA betrachten die Hamas, eine palästinensische politische und militärische Organisation, als terroristische Gruppe. Ihre Beziehung zur Hamas hat die US-Vermittlungsbemühungen kompliziert, da die Hamas eine wichtige Rolle in der palästinensischen Politik spielt. Die öffentliche Meinung in den USA ist geteilt, wenn es um den Israel-Palästiner-Konflikt geht. Während viele Amerikaner Israel unterstützen, gibt es auch eine wachsende Sympathie für die palästinensische Sache, insbesondere unter jüngeren Amerikanern und politischen Progressiven. Der Israel-Palästiner-Konflikt hat weitreichende Auswirkungen auf die US-Außenpolitik im Nahen Osten. Er beeinflusst die Beziehungen der USA zu anderen Ländern in der Region und trägt zur Komplexität der geopolitischen Dynamik bei. Es bleibt abzuwarten, wie die USA ihre Rolle im Israel-Palästiner-Konflikt in Zukunft gestalten werden. Es gibt Hoffnung, dass eine erneute Konzentration auf Diplomatie und eine gerechte Lösung für beide Seiten zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts führen können.